Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 7377 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Die Nachrichten in der Zeitung beunruhigen mich. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unserer Kinder. Die Nachrichten in der Zeitung beunruhigen mich. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unserer Kinder. Die Nachrichten in der Zeitung beunruhigen mich. Ich mache mir Sorgen um die Zukunft unserer Kinder. Golfplätze liegen oft in landschaftlich reizvollen Gegenden und bieten den Spielern die Möglichkeit, Zeit in der Natur zu verbringen. Golfplätze liegen oft in landschaftlich reizvollen Gegenden und bieten den Spielern die Möglichkeit, Zeit in der Natur zu verbringen. Golfplätze liegen oft in landschaftlich reizvollen Gegenden und bieten den Spielern die Möglichkeit, Zeit in der Natur zu verbringen. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa 2 bis 3 Liter Körperflüssigkeit. Ein gesunder Erwachsener verliert pro Tag etwa 2 bis 3 Liter Körperflüssigkeit. Wasser hilft, diesen Verlust auszugleichen. Der Leuchtturm wird oft von Möwen umkreist, die im Licht nach Nahrung suchen. Der Leuchtturm wird oft von Möwen umkreist, die im Licht nach Nahrung suchen. Der Leuchtturm wird oft von Möwen umkreist, die im Licht nach Nahrung suchen. Ich vervollständige noch schnell eine Zeichnung. Gleich habe ich ein Meeting. Ein Flugbegleiter wird auch Steward oder Stewardess genannt. Das ist ein Insektenhotel. Wir haben davon 10 in unserer Stadt aufgestellt. Das ist ein Insektenhotel. Wir haben davon 10 in unserer Stadt aufgestellt. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.